Zauberer am Klavier, Ausnahmekünstler, die Symbiose aus Musikalität und Rampensau. So betiteln Pressestimmen den Pianisten Fabio Martino. Geboren 1988 in Sao Paulo, Brasilien, begann er schon als Fünfjähriger auf dem Flügel seiner Großmutter mit dem Klavierspiel. Nach langjähriger, hochkarätiger Ausbildung in Brasilien setzt er nun seit 2008 sein Klavierstudium an der Hochschule für Musik Karlsruhe fort. Fabio Martino ist außerdem Preisträger zahlreicher nationaler und internationaler Klavierwettbewerbe. Beim Rising Stars Festival im Mai, das von den besten Absolventen der Musikhochschulen Karlsruhe, Freiburg und Stuttgart gestaltet wurde, durfte er nicht fehlen. Der herausragende Virtuose mit dem südamerikanischen Charme demonstrierte sein Können unter anderem bei der Martinee im Wolfgang Riem Forum der Musikhochschule Karlsruhe. Zusammen mit Daniela Vega das temperamentvolle Tico Tico no Fuba von Zekinha de Abreu. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020